und so wird das ein fantastisches tor keine gute spielzeit für diese mannschaft aber wenigstens den abstieg den scheint man sich ersparen zu können führung noch mal ausgebaut und die erleichterung die ist hier deutlich spürbar das ding müssen sie jetzt nur noch nach hause gut gemacht den treffer schauen wir uns gerne noch einmal da das super reagiert ganz im gegensatz zur abwehr einfach den tick wacher